Hey man, super steiler hier. So sieht es aus, wenn man natürlich gesund lebt, wenn man gut schläft und frische Luft atmet. Es geht nur, wenn man ein Herz hat, dass man vom Himmel auf die Erde gekommen ist und das weiß, die Natur ist das Zuhause. Die Tiere sind unsere Freunde und Gott ist unser Vater. Und das ist mein Bruder, Markusa von Slag. Den ich von Herzen liebe und mit dem ich alles tue, was Gott uns aufträgt. Viel Spaß haben und Menschen ins Licht führen, da wo wir selber sind. Shalom Brüder und Schwestern.